Nein, das ist keine Szene aus Halo. Aber eine gewisse Ähnlichkeit kann man Breed nicht absprechen. Das Actionspiel mit Strategie-Touch wird zur Zeit vom englischen Team Brad Designs für CDV entwickelt. Die Erde ist überfallen worden. Von diesem Mutterschiff aus schicken sie selbst zusammengestellte Expeditionstrupps auf den Planeten, um die Alien-Invasoren schleunigst wieder rauszuwerfen. Kern ihres Teams sind Soldaten. In jeden Einzelnen sollen sie nach Belieben hineinspringen können. Die Jungs haben kräftige Waffen und ein starkes Zielfernrohr dabei. Zu Fuß werden sie dann auf die Außerirdischen Jagd machen. In dieser frühen Version sind allerdings noch keine Feinde eingebaut. Wem Schuß das Rappen zu mühsam ist, der düst per Jeep durch die Landschaft. Ihre Infanterie kämpft derweil automatisch gegen den Feind. Sie sollen den Truppen strategische Anweisungen geben und im Ernstfall schnell an die Front springen können, um selbst Hand anzulegen. Und noch ein Vehikel im Einsatz. Auch aus der Luft heizen sie den Fremdlingen ein. Neben so schicken Inselwelten soll es noch eine Vielzahl anderer Terrains geben. Untertitelung des ZDF, 2020